Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Heute sprechen wir über die folgenden spannenden Themen. Zum einen geht es um den Kryptoverwahrer BitGo, die nun eine Banklizenz erhalten haben. Außerdem gucken wir uns an, wie 31 Millionen US-Dollar aus der Binance-Chain geklaut worden sind. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch an, warum der Bitcoin erst 77.000 und dann 100.000 Dollar erreichen soll. Falls euch diese Themen jetzt grundsätzlich schon gefallen haben, dann lasst doch gerne direkt erstmal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um direkt in der Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Gucken wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um den Kryptoverwahrer BitGo, die nun also eine Banklizenz in New York erhalten haben. Tatsächlich ist das eines der wenigen Unternehmen, die diese Lizenz bekommen haben. Es ist eigentlich ein Kryptoverwahrer und nun solch eine Lizenz zu erhalten, ist natürlich ein wichtiger Schritt, denn das könnte in Zukunft eben auch bedeuten, dass weitere Kryptounternehmen Banklizenzen erhalten, um letztendlich reguliert bestimmte Dienste anbieten zu dürfen. Das ist natürlich besonders deswegen interessant, weil institutionelle Kunden, in dem Fall natürlich regulierten Unternehmen, deutlich mehr vertrauen als Unternehmen, die eben nicht reguliert sind. Nun müssen natürlich auch Dinge wie zum Beispiel ein KYC durchgeführt werden und sie müssen sich natürlich auch an die Bestimmungen zur Geldwäschebekämpfung, AML, hier entsprechend also darum kümmern, dass entsprechende Informationen bereitgehalten werden, dass alles eben richtig ist, dass sie alle Informationen haben und dass sie am Ende eben keine Fehler in dem ganzen Kontext machen. Am Ende muss man natürlich auch sagen, dass sich dieses Unternehmen damit in eine sehr günstige Position eben bringt, nachdem Unternehmen wie Tesla, MicroStrategy, Square und eben auch PayPal in das Thema hier eingestiegen sind, gibt es also immer mehr institutionelle Investoren, die potenziell in den Markt eindringen könnten. Gerade in Amerika ist das ja ein sehr interessantes Thema und gerade Nasdaq-Unternehmen liebäugeln ja schon mit dieser Idee oder mit dem nächsten Schritt eben auch Kryptowährungen zu halten und da braucht man natürlich einen seriösen Partner und BitGo ist quasi in dem Fall ein seriöser Partner, dadurch, dass BitGo eben entsprechend reguliert ist. Und es wird wahrscheinlich auch dazu kommen, wenn es so weitergeht, dass auch die Tochterunternehmen in Deutschland und in der Schweiz, die bereits aufgebaut wurden in den letzten Jahren, dass diese gegebenenfalls eben auch Banklizenzen bekommen könnten. Natürlich ist das eine gewagte These, denn das Rechtesystem bzw. eben auch die Gesetzgebung, die sind natürlich komplett anders in Deutschland und in der Schweiz als in Amerika. Aber wenn es in Amerika eben entsprechende Entscheidungen gibt, Lizenzen auszugeben, kann es eben auch in der Zukunft in andere Länder überschwappen, wo also quasi sich an diesen Entscheidungen ein Beispiel genommen wird. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Das Unternehmen ist relativ jung noch. 2013 wurde das Unternehmen gegründet. Es ist nun letztendlich ein professioneller Verwahrungsdienstleister für vor allem Kryptowährungen wie den Bitcoin zum Beispiel und bereits verschiedenste Geldgeber, die sehr, sehr bekannt sind, wie zum Beispiel Goldman Sachs oder auch Galaxy Digital Ventures, haben sich an dem Unternehmen beteiligt. Man sieht also ganz klar, dass sie recht gut aufgestellt sind und damit also den nächsten wichtigen Schritt gemacht haben. Gucken wir uns das zweite Thema an. Und hierbei geht es vor allem um ein Defi-Projekt, das knapp 31 Millionen US-Dollar verloren hat. Und die Frage ist natürlich, ob es sich dabei um einen Hack handelt, denn in dem Fall handelt es sich um einen sogenannten Rug-Pull, in dem Fall also quasi, dass ein Teppich unter den Füßen weggezogen wurde. Das ist letztendlich einfach nur sprichwörtlich so benannt worden, denn innerhalb eines Tages nach dem Start einer Defi-App wurden knapp 31 Millionen US-Dollar entwendet. In dem Fall geht es um das Projekt Merkart Finance und über einen Chat gibt es eben auch einen entsprechenden Austausch, wo es eben auch um das Projekt und so weiter geht. Und dazu wurde Folgendes geschrieben. Das BSC-Projekt Merkart Finance wird verdächtigt, ein Rug zu sein, der 13,96 Millionen BUSD und 73.635 BNB mitgenommen hat. MCAT behauptet, gehackt worden zu sein und dass alle Ressourcen gestohlen wurden. Derzeit kann die Projekt-Webseite nicht geöffnet werden. Dies könnte das größte Betrugsprojekt auf der Binance Smart Chain sein. In dem Fall wird also hier den Betreibern vorgeworfen, dass es sich um einen Exit-Scam handelt. In dem Fall soll es also innerhalb von quasi einem Tag stattgefunden haben. Das Projekt wurde eröffnet. Es gab relativ viele Investoren, die also Kapital bereit gehalten haben, um in dieses Defi-Projekt zu investieren. Und schon wurde quasi die Reißleine gezogen, das Kapital genommen und alle Dienste offline gestellt. Denn komischerweise findet man in den Chats eben eine Nachricht von den Machern von Merkart Finance. Und da heißt es nur, wir wurden gehackt, alles wurde gestohlen. Wir sind sehr verzweifelt. Es gibt keine weiteren Informationen von den Projektgründern und so weiter. Es gibt keine Stellungsnamen oder Ähnliches. Die Webseiten sind nicht erreichbar. Und das ist natürlich etwas, was extrem merkwürdig ist. Das große Problem ist natürlich, dass wir nun also relativ viele Investoren haben, die 31 Millionen US-Dollar umgerechnet knapp verloren haben. Das ist auf jeden Fall eine Menge Leergeld. Und das tut sicherlich extrem weh. Vor allem, weil dieses Kapital natürlich nicht einfach so zurückgeholt werden kann, wie es zum Beispiel bei einer normalen Überweisung per Swift möglich wäre. Transaktionen können hier nicht einfach zurückgeholt werden. Und dadurch, dass die Investoren natürlich ihr Kapital auf ein Wallet übertragen haben und in dem Fall die Owner hinter diesem Projekt letztendlich die Macht über dieses Wallet hatten, ist es natürlich relativ einfach gewesen, diesen Exit-Scam durchzuführen. Umso mehr, glaube ich, lernen wir aus dieser Situation wieder, wie vorsichtig wir eigentlich sein sollten. Natürlich hat jeder so dieses Bestreben, hier ein Projekt zu finden, wo er früh investiert, womit man dann also Traumrenditen erreichen kann. In dem Fall ist es aber extrem gefährlich, wie man an dem Beispiel wieder sieht, denn innerhalb kürzester Zeit kann eben das Kapital auch einfach weg sein. Deswegen ist es also umso sinnvoller, da bedacht vorzugehen und vor allem nur Kapital zu benutzen, was man am Ende auch bereit wäre zu verlieren. Auch wenn das natürlich extrem unschön ist und ich hoffe, dass wir dort eine Lösung finden oder dass vielleicht sogar der CEO-Macher, wie auch immer, sich von diesem Projekt dann nochmal meldet und das Ganze dann auflöst. Das wäre auf jeden Fall extrem wichtig. Binance hat sich dann natürlich auch nochmal dazu geäußert, sagte, dass sie in keinster Weise mit dem Projekt verbunden sind, denn es ist eben natürlich ein Open-Source-Ökosystem und Binance kann darüber nicht entscheiden, aber sie werden auf jeden Fall das Kapital einfrieren, wenn es irgendwo auftauchen sollte und wenn sie dazu die Möglichkeit haben. Ich bin also sehr gespannt, wie es hier weitergeht und ob vielleicht sogar der Täter oder die Täter gefasst werden oder eben nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Appell. Achtet auf euch, achtet auf die Projekte, in die ihr investiert und denkt vielleicht zweimal darüber nach, auch wenn man das natürlich nicht hätte kommen sehen können. Falls ihr euch grundsätzlich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall die ersten beiden Links in der Videobeschreibung angucken. Zum einen habe ich euch ein super interessantes Buch zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen verlinkt und die Seite Blinkist, auf der ihr euch extrem interessante Fach- und Sachbücher zu allen möglichen Themen anhören könnt. Innerhalb von 10 bis 15 Minuten bekommt ihr quasi die Kernaussagen in euer Ohr und damit könnt ihr also weiteres Wissen innerhalb kürzester Zeit inhalieren. Gucken wir uns das letzte Thema an. Und hierbei geht es vor allem um weitere Bitcoin-Prognosen. Zwei Top-Analysten haben sich nochmal mit dem Bitcoin und mit dem Kursverlauf auseinandergesetzt und herauskam, dass einer der Analysten davon ausgeht, dass wir 77.000 und dann 100.000 Dollar pro Coin sehen werden. Die letzten Aktionen, die sind schon einige Tage her. Ja, der Bitcoin ist gerade auf dem Niveau von ungefähr 50.000 US-Dollar unterwegs, wobei natürlich die Volatilität hier auch ab und zu dazwischen grätscht und wir mal 47.000, 48.000 US-Dollar sehen oder eben auch mal 51.000 US-Dollar. Unabhängig davon haben wir sowieso in den letzten 24 Stunden den einen oder anderen Rückgang eben noch verkraften müssen. Unabhängig davon ist Mike McClone aber trotzdem davon überzeugt, dass der Bitcoin langfristig gesehen die 100.000 US-Dollar erreichen wird und er versucht das Ganze vor allem mit den Grayscale-Bitcoin-Trust-Prämien hier zu erklären, denn seit dem Zusammenbruch am schwarzen Donnerstag vor allem im Jahr war der Wert quasi nicht mehr so niedrig wie heute und das deutet aus seiner Sicht auf eine Preisfestigung hin, was also bedeutet, dass wir uns nicht nur in einem frühen Stadium der Kryptoindustrie befinden, sondern eben auch, dass der Bitcoin in weiterer Folge wieder ansteigen kann. Er hat sich bereits in der Vergangenheit häufig phänomenal erholen können. Das hat natürlich auch verschiedene Gründe gehabt, zum Beispiel eben das Investment von Tesla oder MicroStrategy oder eben auch Square, denn solche positiven News wirken sich natürlich auch auf den Bitcoin-Preis aus. Der Analyst Master Changs auf der anderen Seite geht aber davon aus, dass wir uns zyklisch verhalten, was also bedeutet, dass wir quasi den letzten Zyklus wieder durchleben beziehungsweise den, den wir dann eben 2017 gesehen haben. Wir sehen das hier auch relativ gut in der Grafik, denn er zeigt eben, dass sich der Zyklus komplett identisch verhält und dass wir in weiterer Folge eben auch massiv ansteigen sollten noch und dann wären eben die 77.000 US-Dollar als nächstes Ziel hier zu erreichen und anschließend in einigen Monaten wird es dann auch Richtung 100.000 US-Dollar hochgehen aus seiner Sicht. Ich bin sehr gespannt, ob er recht behalten wird. In die Vergangenheit zu gucken, macht sicherlich Sinn, um sich ein Bild der aktuellen Lage zu machen. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch gefährlich, denn wie wir wissen, wiederholt sich die Vergangenheit nie eins zu eins und deswegen wird es umso spannender, in die Zukunft zu gucken und natürlich dann auch die Ergebnisse damit zu vergleichen mit den Aussagen, die hier von den verschiedenen Analysten getroffen worden sind. Ich bin sehr gespannt und hoffe natürlich, dass sie am Ende recht behalten werden. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über den Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erst mal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao!